Ja. So, und wenn ich jetzt irgendwie so mache, dann klappt das sogar. Nice. Okay. Gut. Gut zu wissen. Ähm. Ja. Shortbow. Jetzt kommt er vielleicht zum Heater-Shield. Ein bisschen weniger Magie, ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen weniger Lightning, ein bisschen mehr Stability. Stability. Ein bisschen mehr Stability ist eigentlich gar nicht so scheiße. Gar nicht so. Dann müssen noch die Pfeile ihren Platz finden. Jetzt bin ich nicht mehr ganz naked, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Mein Hintern wird ein wenig überdeckt. Ich weiß, ich weiß. Gerade das war natürlich der sexy Part. Aber, um mich dafür zu entschuldigen, werde ich gleich, äh, menschlich werden. Einfach nur so. Äh. Darüber würde ich mir hier gar keine Gedanken machen. Äh. Bop, 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 bada, bop, bop, bop. Intelligence. Klingt ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Äh. Klingt mir nicht irgendwo angezeigt, dass der Magie-Schaden auch hochgeht? Wahrscheinlich nicht. Decks. Naja, naja, naja. Intelligence. Komm, mach mal. Achso, ich wollte ja noch. Yes, Reverse Hollowing. Ach, ich könnte natürlich auch gleich mal das Feuer kindeln. Ich kann das Feuer nicht kindeln. Glaube ich. Ich könnte jetzt wieder eine Humanity fressen, aber, äh. Na, na, darf ich? No Humanity. Ja. Kriege ich das Right of Kindling erst, wenn ich, äh, bei Gwendolyn war? Gwenevere? Ich glaube ja. Von daher werde ich jetzt wahrscheinlich gerade eine Humanity verschwenden. Ah, nein, ich darf. Okay, super. Dann ist ja alles gut. Okay, Fummin ist wieder da. Und los geht's. Oh boy, oh boy, oh boy. Crap. Ah, ich werde meine Estus doch eigentlich noch brauchen. Wo kommt der Fall? Ach so. Ich bin an einem Vieh vorbeigelaufen. Oh God, oh God, oh God, oh God. Ich bin's so nicht gewöhnt, an Leuten vorbeizulaufen. Ah. Oh, wo kommst du denn noch her? Ah, fucking shit. Wenn ich nur ein Pariert bekäme, wäre das schon super gut. Oder in den Rücken. Nein. Ah, crap. In den... In den... Äh. Ihr macht mich alle Leute. Gott verdammt. Ha, 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 ha. So. Einer weg. Weiter geht's. Oh je, oh je, oh je. Ich muss das Catalyst wechseln erst noch. Äh, bisschen raffen, glaube ich. So, okay. Shit, 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 shit. Du bist fast tot. Jetzt bist du ganz tot. Okay. Das war der Falsche, aber auch gut. Fahr. No. Den hab ich doch... Den hab ich doch pariert. Das hat man doch gesehen. Nein. Nein. Schiebung. Nein. Nein. Ich hoffe, ich krieg meinen ganzen Kram wieder. So, diesmal erledige ich auch die zwei Leute, die hier rechts stehen und mich eigentlich dran kriegen wollen. Nein. Ach, Pfeilmann. Pfeilmann ist Pfeil. Pfeil. Ist ja eigentlich ein Bolzenmann. Aber sehr Bolzen ist er ja nicht gerade. Na komm, du willst es doch. Du willst es doch. Du willst es doch. Come on, come on, come on. I kick you down the Keller-Trap. I kick you down. Danke. Okay. Dich, Typ, mach ich tot. Ins Gesicht. So. Wo ich schon mal so dabei bin. Dafür hab ich den Mist ja schließlich gekauft. Ah, Gott, Mann, ganz mal her. So. In die Nuss. Die eine. Die andere ist schon weg. So, will hier noch irgendjemand. Ach, du. Naja, da wollte noch einer. Lasst mich hier rein. Lasst mich hier rein. Nein. Nein. So. So. So, und euch zwei Freunde da oben werde ich auch gleich schön abservieren. No. No. Einfach nur. No. Ah. Okay. Ich dachte, ich hätte was gehört. Wir haben wieder meine überraffinierten Sinne mir einen Streich gespielt. Aber man muss ja auch vorsichtig sein. So, glaub nicht, dass du mich noch einmal geräumt hast. Oh, shit. Okay. Okay. Alles gut. Die ist gleich vorbei. Es ist gleich. Okay. Raum leergeräumt. Feuerbobbenschmeißer weg. Seelen zurückgeschafft. Alles ist gut. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und lass du dir bloß nicht einfallen, dass du mich gehabt hättest. Bam. Hm. Kleidung. Toll. Toll. Imminent Elation. Was ist Elation? Ich... Ja, ich schäme mich jetzt nicht dafür, das nicht zu wissen. Elation hat doch noch niemand gehört. Ähm. So, ich mache gleich Reha-Taktik. Habadabadab. Hex, Hex. Hex, Hex. So. Jedem das Seine, mir nur das Feine. Und dann wollen wir mal da oben aufs Dach und den Kacksniper wegstabben. Mhm, mhm. Ja, ich weiß, wer du bist. Du bist der, der jetzt stirbt. Quatsch. So, okay. Unter der Treppe ist Loot. Nein. Unter der Treppe muss Loot sein. Es widerspricht allen Naturgesetzen, dass unter der Treppe kein Loot ist. Ah. Hüpp! Ach. Meine Güte. Da erschrecke ich mich immer. Ah! Oh, ein Typ. Need head. Du sau, du. Ja, ich gehe die Treppe runter. Safety first. So. Okay. Woop. Und dafür ist der Master Key. Unter anderem. Blüpp. Reingehen, alles zerstören. Kann ich auch gleich schon mal so ein bisschen Stress machen. Hey, 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 hey. Ist ja eigentlich schon so ein bisschen fies. Gold Pine Resin. Ja. Besser als der Black Separation Crystal auf jeden Fall. ein bisschen spannender. So, sollte nicht hier irgendwo ein Typ sein, der nicht befreien kann. Genau, dieser, dieser Magierlehrling von Logan. Hm. Hallo? Mhm, mhm, mhm. Denkst du dir so. Ah! Hehehe. Okay, okay, okay. Willst du einen Nahkampf fahren? Du kriegst einen Nahkampf, Mann. Du kriegst deinen Nahkampf. Du kriegst deinen scheiß Nahkampf. Kriegst deinen Dom? Oh, crap! Gut, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich geb's hier zu. Da hab ich mich nicht intelligent angestellt. Ich wollte einen fairen Kampf. Er hat einen fairen Kampf bekommen. Ich bin fäh gestorben. Was soll ich machen? Diesmal kriegen die so viele Pfeile in den Arsch. Fairer Kampf. Quere von wegen. So, Typ, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm. Hoppa. Hoppa. Na, also geht doch. So. Ja, hopp, 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 hopp. Hab nicht ewig Zeit. Hier auch nicht. So. Ja. Äh, wusste ich's doch, wusste ich's doch. Uh. Oh, geil, bla. Okay, den, den Stecher parier ich einfach nicht. Der ist mir zu hart. Ah, ja, 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 ja. Okay. So. Dann kann ich auch gleich meine 11. Estus-Class verwenden. Super. Genau dafür war die gedacht. Ah. Jetzt ist das Problem natürlich, dass hier diese dumme Tür offen ist und da ein Kerl immer meint, rauskommen zu müssen. Ha, was? Na, also. Ist doch ein bisschen tiefer. Ich krieg das langsam raus. Ganz, ganz langsam. Ach so, Geräa? Ne. Immerhin sind meine Sachen nach vorne gelandet. Das ist ein kleiner Lichtblick. Ne. Okay. Enemy Ahead. Vielen Dank. Für diese Information. Hm. Den gebe ich in den Rücken. Okay. Ach, das war eine zu viel. Mist. Naja, gut. Vielleicht kriege ich diesmal sogar auch den anderen auf der Treppe. Und dann haben wir ja gar nicht so viel Zeit verloren. Durch meine Dusseligkeit. Na. Na, da muss ich aber noch ziehen üben. Ja. Nochmal ein fairer Kampf. Okay, okay, okay. Diesmal stelle ich mich besser an. Fairer Kampf in den Rücken kriegst du. So. Jetzt die Frage, gehen wir zurück und holen uns Level? Oder machen wir den Black Knight platt? Ah. Ah. Ich werde das so bereuen. Oh, ja. Oh, ja. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, fucking. So, fairer Kampf. Live und in Farbe. Ich könnte jetzt noch mal mich noch mal ganz stark über ihn lustig machen und einfach meine Arrows rausholen. Na, wo willst du hin? Wo willst du hin, du Stinker? Wo willst du hin? Wo bist du? Wo hast du dich verkrochen? Du Müllmann! Das war eine Beleidigung gegenüber allen Müllmännern. Das tut mir leid. Wobei, Müllmann, Schwarzer Ritter? Wahrscheinlich jetzt auch nicht wieder nicht so schlimm. Oh je, das wird toll. Zicke, natürlich! So, da habe ich noch mal ehrlich gewechselt. Oh, ich glaube, er lebt noch. Ja, 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 ja. Na, 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 na? Ah, Gott, I, Gott, I, Gott. Shit! Sieben Schadenspunkte habe ich da verteilt. Na, wow. Und ich wollte auch heute noch den Minotaurus machen. Na, das könnte ja noch was... Na, wahrscheinlich nicht. Wenn ich den Schwarzen Ritter auslasse, dann vielleicht. Aber... Der will es jetzt haben. Na, na, komm. Jetzt stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Krieg in den Rücken, geh tot. Ich habe eigentlich immer wahnsinnig Schiss gehabt vor den schwarzen Rittern. Das sind so harte Kerle. Und ich meine, mein Kampf mit Havel hat beim ersten Versuch bestimmt eine halbe Stunde gebraucht. Ah ja, du bist auch noch da. Bestimmt eine halbe Stunde. Und beim ersten Versuch hatte ich probiert ihn zu blocken. Okay, meine Festplatte sagt mir gerade, dass hier bald alles voll ist. So ein Mist. Dann wird es wohl diesmal doch nichts mit der ganzen Stunde. Das tut mir schrecklich leid. Aber ich muss jetzt langsam Schluss machen, sonst stürzt mir hier alles ab. Okay, das nächste Mal mit mehr Speichervolumen. Mehr Spaß und mit einem hoffentlich toten schwarzen Ritter. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.